Ich grüße dich zu diesem Video. In diesem Video geht es darum, den richtigen Ton zu treffen. Du kennst das sicher. Ab und zu gibt es lustige Zeitgenossen, die sagen, da musst du einen anderen Ton anschlagen. Oder du musst warten, bis die richtige Zeit kommt und du die richtigen Worte findest. Und dann funktioniert es. Nur keiner von denen kann dir sagen, was der richtige Ton ist, was die richtigen Worte sind und wann der richtige Zeitpunkt ist. Warum können sie das nicht? Weil das eine Lüge ist. Eine glatte, fette Lüge. Denn das gibt es nicht. Es gibt nicht den richtigen Ton, es gibt nicht die richtigen Worte, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt. Denn alles in allem ist immer das, was du jetzt tust, so wie du es tust, wann du es tust, womit du es tust, genau richtig. Wenn das nicht so wäre, dann würdest du es nicht tun. Denn alles, was du tust, wenn du es tust, tust du mit dem Wissen, das du hast und mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen. Dass das du vielleicht, sagen wir, in einem Jahr oder in zwei Wochen oder sogar in zwei, drei Minuten ein bisschen anders rüberbringen möchtest oder sogar könntest und das auch tun würdest, das ist eine andere Geschichte. Da sagen doch viele, ja, aber das war ein Fehler, das hättest du vielleicht. Nein, falsch. Das war eine Lüge, dass sie dir gesagt oder beibringen möchten, dass das ein Fehler war. Denn du machst immer zu jeder Zeit alles richtig. Außer du bist dir bewusst, dass du was Falsches tust. Das ist was anderes. Das gehört hier aber nicht hin. Also, zusammengefasst. Es gibt nicht den falschen Ton, nicht die falsche Zeit und nie die falschen Worte. Denn jetzt ist immer die richtige Zeit. Du hast immer den richtigen Ton und du findest immer die richtigen Worte. Findest du, dass es funktioniert? Schreib es mir in die Kommentare und bewerte dieses Video. Ansonsten freue ich dich, freue ich mich, wenn ich dich vielleicht irgendwo mal sehen, hören oder lesen darf. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.